Servus Leute und willkommen zu einem brandneuen Let's Play. Wir spielen Borderlands The Pre-Sequel. Und wer ist wieder dabei? Natürlich der Dennis. Der des Öfteren auch dabei ist. Servus Leute. Ja genau, wir werden das Spiel komplett im Koop durchzocken. Und ja, wir wissen auch gar nicht so richtig worum es in dem Spiel geht, nur dass es halt zwischen dem ersten und zweiten Teil spielt. Deswegen auch Pre-Sequel. Also Pre-Sequel für Vorgänger und Sequel für Nachfolger. Ja, in dem Spiel soll es darum gehen, wie der Antagonist aus dem zweiten Teil, also der Handsome Jack, an die Macht kommt. Und ja, lasst uns doch mal überraschen, wir haben schon einen Charakter ausgewählt. Ich spiele die Gladiatorin und Dennis spielt den Enforcer. Und ja, da würde ich mal sagen, legen wir doch direkt mal los, ne? Genau, ich habe den Typ nur genommen, weil sein Name geil ist. Und ich habe die Frau auch nur genommen, weil sie geil aussieht. Und nein, man, die hat voll die geilen Techniken. Ja, das auch, also. Ja. Bestimmt kannst du irgendwann diesen Wurfstern da verwenden oder sowas. Ja, den wir gleich mal sehen werden. Also los geht's. Ja. Ja. Musik Du hast einiges zu erklären, Tigerin. Du wurdest von Kind an zu einer Atlas-Assassinin ausgebildet und hast über 1000 Jobs erledigt. Um ein Haar hättest du zwei meiner besten Männer gekillt, bevor sie dich geschnappt haben. Sie sagt, wir sind ihre besten Männer. Das fühlt sich gut an. Es sieht so aus, Athena. Ich stelle dir jetzt eine einzige Frage. Und wenn mir die Antwort nicht gefällt, dann stirbst du. Zielen! Also, ich frage dich nur einmal. Warum? Das ist eine lange Geschichte. Nach dem Tod von General Knox arbeitete ich als Söldnerin auf Pandora. Eines Tages kam ein Jobangebot von einem Hyperion-Programmierer. Komm auf den Mond. Jage eine Kammer. Werde zur Heldin. Ich traute Hyperion nicht, war aber zu hungrig, um bezahlte Arbeit sausen zu lassen. Und was gab's da? Gewalt. Wahnsinn. Und einen Helden. Ich freue mich über deine Attacke, du Lager. So, genau, meine Freunde. Wir sind jetzt bei der Charakterauswahl, obwohl ich den Charakter schon ausgewählt hatte. Wir haben hier die Gladiatorin, die Athena, die ich ausgewählt habe. Also, mit der ich auch spielen werde. Die hat hier ein Schwert und ein Schild als Option, sag ich jetzt mal, hat man noch im Intro gesehen. Hat man ja noch den Enforcer, den Dennis spielt. Genau. Ja, ich hab jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung, was die alles so drauf haben. Lass uns doch mal überraschen. Dann haben wir noch diese Sheriffin, sag ich jetzt mal. Sheriffin. Gibt's eigentlich ein weibliches Wort für Sheriff? Sheriffin. Sheriff. Hm. Hm. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Der nach dem OP-Charakter schlechthin, den Clapshrap, der bisher in jedem Borderlands, sag ich mal, essentiell war. Weil, keine Ahnung, was der soll. Irgendwie, im Intro stand ja auch Clapshrap als böser Fehler oder so. Keine Ahnung. Ich glaub, Frauen dürfen gar keine Sheriff sein. Oder gar kein Sheriff. Deswegen hieß er einfach Sheriff. Weil sie für einen Mann... Vielleicht ist sie einfach ein Möchtegern Sheriff. Genau. Wie dem auch sei, ich werde die Athena spielen. Und die sieht auch am geilsten aus, wie ich finde. Charakter bestätigen. Und los geht's. Ich bin aufgeregt, meine Freunde. Ich auch. Ich bin aufgeregt, meine Ahnung. Ich bin aufgeregt, meine Ahnung. Ich bin aufgeregt, meine Ahnung. Hallo Kammerjäger. Danke, dass du Hyperions hoch gefolgt bist. Leider wird die Helios-Raumstation zur Stunde von wahnsinnigen Dall-Militäreneisen angegriffen. Bitte nimm dieses Echo-Gerät. Folge mir nun. Ich führe dich jetzt zu deinem Auftraggeber. Okay. So, wir werden auch direkt ins Geschehen geworfen. Der wird unsere Basis gerade überfallen. Oh, das ist richtig geil, wie man so rumfliegen kann, wenn man springt. Ja, genau, weil das Spiel findet ja auf dem Mond von Pandora statt, also auf dem Mond vom Planeten der anderen beiden Teile. Ja, richtig geil. Deswegen bin ich gespannt, wie es das Gameplay bereichern wird mit dieser Schwerkraft, mit dieser verminderten Schwerkraft, sag ich jetzt mal. Ja, ey, das macht voll Bock hier rumzuspringen. Ja, richtig geil. Okay, und der Claptrap zeigt uns, dass es den Weg ist. Wir müssen nämlich Jack helfen, diesem Hurensohn. Am liebsten würde ich ihn töten. Ah, echt. Und hier geht schon los. No. Das sind die ersten Geeker. Ich habe eben so ein kurzes Sturmgewehr, so ein klassisches Sturmgewehr bekommen. Ich habe jetzt nichts Besonderes. Ich habe so ein hässliches Visier, gell. Das ist unglaublich. Ich habe gar nichts. Das ist wie so ein Pin in der Mitte, wenn man irgendwie, wie ich es ein bisschen auf irgendwas ziehen kann. Das ist einfach so eine Einmündung, wie so eine Halfpipe, wie so eine aufgesteckte Mini Halfpipe. Ja, das war das, was du meinst. Richtig geil, einfach. Ui, und? Als zweiter Verhalten, so ein Blaster bekommen, so eine Elektro-Schock-Waffe, sage ich jetzt mal. Ich habe so eine G18 im Zukunftsformat, was auch immer. Zukunftsformat. Schießt im Three-Burst-Mode. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Und wir haben, ihr merkt, ihr merkt wahrscheinlich schon, wir haben das Spiel schon ein bisschen gespielt, um es zu testen und so. Genau. Also ein bisschen wissen wir noch Bescheid. Hä, wo ist denn der? Verbleiben der Dicer. Und der Mac, ich bin ziemlich schlecht noch, weil ich mich an das Gameplay gewöhnen muss. Ziemlich so ein anderes Visier. Ja, das Visier ist bei mir jetzt nicht so das Problem. Das Munition brauchst du dir? Ähm, ja. Nimm's einfach mal mit. Okay. Oh nein. Wer hat das getan? Der arme Transformers-Roboter. Ey, das sieht echt so aus. Scheiße, nein, Claptrap, Claptrap ist tot. Nee, oder ey, das ist doch so geil, man. Typ. Mann, der mit so einem geilen Rad. Ich hab hier so eine Zukunfts-Shop-Gun irgendwie, die schießt da. Zeh, zehn, äh, irgendwie irgendwelche Strahlen. Kilometer weit. Nichtsich geil, ey. Wie der tanzt, wie der immer tanzt. Du, 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 du. So, da haben wir ihn gesehen, den Jack. Jack beim Updampsen. Man höchst mir nicht ihn sterben lassen, ganz ehrlich. Dabei übel. Wir haben ja unseren, wir haben ja unseren wahrscheinlichen Antagonisten gehört. Ist eine Frau da. Mit dieser bösen Stimme. So ein Typ wie Jack will man gar nicht helfen. Weißt. Weißt, wie dieser B25J1NA-Bomber. Ich bin tot. Was zur Hölle? Wie? Was? Ey, du bist ja echt tot. Ich kann nicht, kann nicht beleben. Ich bin auch tot. Wie schade ging das denn? Warte, vielleicht kriegst du noch einen? Ja, ich auch. Nee, die sind zu weit weg. Das ist zu ungenau. Ich habe eine Shotgun. Bei mir könnte es eventuell gehen. Ah, ich bin tot. Diese geile Katze in mir, ich finde. Ach, mir hat es auch nicht geholfen. Da stirbt man auch gerne, wenn man sowas sieht, ne? Boah, das ist richtig geil. Boah, ey, das ist ja richtig geil. Durch diese Wasserrutsche hindurch. Ja, genau. Wasser rutscht dann in Fünftes Zeichen. Und übrigens, wir sind ziemliche Borderlands-Noops quasi. Ich habe nur den ersten Teil gespielt. Und den zweiten habe ich leider nicht gespielt. Wieso? Weiß ich gerade nicht. Und du hast ja keinen gespielt bis jetzt, gell? Weil ich spiele jetzt gerade zum allerersten Mal. Außer vorhin halt nur kurz angezockt. Also verzeiht bitte, falls wir keine Ahnung von der Story haben manchmal. Genau. Also witzig ist halt gestern. Wir haben es jetzt ja gekauft. Ich glaube, hier ist halt wir, wo es rausgekommen ist. Wollten auch schon aufnehmen, aber das war eine gescheiterte Aufnahme. Genau. Jetzt musst du mal mehr mit dem Terrain arbeiten, ne? Mhm. Du musst diese Schwerkraft ausnutzen. Auf jeden Fall. Ein bisschen rumspringen. Ich stelle mir vor, das wäre irgendwie so ein... so ein Online-Shooter-Spiel, Alter. Da wird einfach jeder so dumm umspringen und ding field, welcheonesilij-schlimm... Bo-Bo-Bo-Bo-Bo-Bo-Bo-Bo-Bo. Bo-Bo-Bo-Bo-Bo. Ja, das kann wirklich wie schon Unreal Tournament sein. Ja. In der Grafiktyle fällt mir sehr gut. Diese Cell Shading Optik. Ja, richtig comicmäßig mit der schwarzen Umrandung überall. Was sieht eigentlich ganz gediegen aus. Ich finde, mit diesem Grafikstil... Achtung! Okay, wir müssen dem aufhelfen, in dem Sack. Ich finde, mit diesem Grafikstil kann man nicht viel falsch machen. Es hat ja immer funktioniert bis jetzt. Ja, das stimmt. Auch bei Wind Waker, also bei Legend of Zelda. Ach cool, dann blute ich hier einfach noch ein bisschen weiter. Vielleicht sind zwei Sekunden später dran, äh, spät dran und dann heult er schon rum. Haha, war echt. Ihr habt mir das Leben gerettet. Danke, hey, ich, äh... Sorry, hab mein Herz. Der sieht voll schwul aus. Das ist er ja auch. Diese Verrückten haben die Helios-Station angegriffen. Kaum, dass ich euch gerufen hatte. Wenn wir sie zurückschlagen, können wir in Ruhe nach der Kammer auf der Mondoberfläche suchen. Okay. Somit gehen wir unsere erste Quest ab. Und kassieren dafür ein Schild. Der ist schnell erklärt. Er frisst Kugeln, bis er verbreitet ist. Dann musst du in Deckung gehen und warten, bis er sich wieder auflädt. Hey, ich aktiviere kurz die Steuerung der Verteidigungsanlagen. Das scheiß Wort Quest erinnert mich grad wieder an die ganzen Nebenquests in Dead Island. Ja, genau. Das kommt's mich grad an. Wir sind es so scheiße viel. Okay, jetzt war jetzt eine Fehlaktivierung hier. Die Geschütze greifen uns selbst dann. Minderwertig. Auf die Technik kann man sich nie verlassen. Level 2. Aber bei Technikfragen, Technikfragen. Ganz klar. Auf jeden Fall. Stimmt, der Technik, da könntest du jetzt wirklich weiterhelfen. Wie sich anhört, der Technik. Jetzt müssen wir dem folgen. Wir werden dieses Areal einnehmen. Wer ist diese Frau? Die Kotz-Munition ergattert, wo auch immer. Ihr hingedüst seid. Wer ihr als erst an Kopfschuss verpasst. Hä? Warte. Ha! Geil. Okay, ich öffne die Tür da. Wir sind gleich bei den Fluchtschiffen. Okay, mach das mal. Wie kann sowas, so ein lächerlicher Typ hier, zu einem Antagonisten mutieren? Ich weiß es nicht. Auf nur Fluchtschiffen und... Wir werden gestoppt. Alter. Alter, was hat der für ne... ...funder Hunter? Wieder diese Colonel, Tussi. Wir schreiten zu dem Plan verpasst in beiden Kreuzern los. Und der mit seinen Nerf-Waffen will den abknacken. Naja. Was ist das denn? Ach, süß Ding von Yu-Gi-Oh! Eine komische Alien-Sprache geschrieben. Was zum... Ist wahrscheinlich der Drahtzieher. So eine Kreatur hab ich noch nie gesehen. Aber was geil ist, hier liegt so viel Muni rum und alles. Überall in diesen gelben Dingern, die man öffnen kann, ist Muni drin. Also Muni kann es einem hier fast gar nicht machen. Ja, Muni ist ja nicht das Problem. Ja, das Geld was man verliert, wenn man stirbt. Ja, die Gegnerhorden würde ich sagen. Genau. Klassisch. Klassisch. Wuuu. Mann, oh Mann. Ist auch ne richtig geile Aussicht hier. Ach du Scheiße. Dieser B-25-J1-1-A-Bomber da wieder. Aus dem Zweiten Weltkrieg. Zweiter Weltkrieg, genau. Leer Fünfter Weltkrieg. Was? Aber echt. Boah, Alter, wie weit die Schottkugeln gehen. Voll geil eigentlich. Ja, definitiv. Irgendein Gegner hat da noch ne Shotgun. Ja, aber die ist viel ungenauer. Hast du gesehen, wie die die gestreut hat? Ja, ja. Verkrankt. Wo ist denn der Flieger von vorhin hin? Hier ist noch einer. Einer ist kaputt. Schau mal neuer. Ja, der andere ist kaputt schon. Oh, der ist doch weggeflogen. Ach, stimmt, stimmt. Die sind alle nach da hinten geflogen. Wieso auch immer? Keine Ahnung. Okay, mein Schild ist kaputt. Ich muss mich jetzt kurz aufladen. Ich brauchst du deine Hilfe. Ja, ich bin da. Kann man sich hier ducken? C. Okay. Ah, okay. Und das Ducken bei Läffer, das ist eh, ist unnötigst. Ja, wieso? Drückst Ducken, der duckt sich vom Bild her ein Millimeter. Ja, so. Ist auch so. Man läuft dann dadurch nur langsam und das Bild rutscht nur so ein Millimeter nach unten. Okay, ich hab eine verrückte Idee. Wir gehen zur Mundshotkanone. Mir nach. Was ist das, diese Mundshotkanone, wo wir hinwollen? Im Wesentlichen ist das eine riesige Kanone, die mit 1000 Meilen die Stunde Vorräte auf die Mondoberfläche schießt. Wir steigen in einen der Container und machen die Fliege. Werden wir das überleben? Weiß nicht. Wir haben eine coole Art. Wir sind bei der Mundshot. Das klingt nach einem Plan, würde ich sagen. Ja, einfach mit der Kanone da hinballern lassen. Mann, oh Mann. Das wäre eine coole Art zu sterben. Das ist dumm. Der zieht sich nicht durch. Sein komischen Viertel-Leben-Balken immer. Ich weiß. Das stimmt's. Ich hab immer noch Schutzschild. Ich hab immer noch so Viertel-Leben oder so. Und ist unbesiegbar. Aber der wird abgeschossen, der macht es nichts aus. Voll minderwertig. Ja, was willst du machen? Besser als wenn man jetzt beschützen müsste oder so. Ja, das stimmt. Ich hab immer zu dieser kleinen Uzi gegriffen. Verdammt. Kannst du mir überlassen? Bitte, bitte, bitte. Ja, okay. Ich bin gleich tot und ich treffe nicht. Der ist schon tot. Nein, belebe mich wieder, bitte. Ja, wegen dem Typ. Naja, ich hab's gesehen. Wache. Aber der brauchte hier schon jemals einen Grund. Neue Stärke, danke. Ein Problem. Übrigens Leben kannst du noch nicht regenerieren. Nur dein Schild im Moment. Weil dafür braucht man noch einen besseren Schild. Den man spricht, wenn man bekommt. Ich hab Schild noch 53. Ja, es lädt sich auch immer wieder auf, weißt du. Aber das Leben noch nicht. Ah, okay. Mit Leben war gar nichts abgezockt. Was so lange ein Schild da ist, wird nur vom Schild abgezockt. Genau. Nur wenn das Schild weg ist. Ja, aber manche spielen diese Explosionen oder so. Mit dem auch Leben abgezockt wird. Kill this guy. Okay, unser erster Boss, ja? Ist ja so eine laufende Toilette oder was? Ja, ja. Schießt der da für Stinger weg ab, Alter? Du musst auf seinen Rücken schießen, das ist kritisch. Ich tue mal mit Strom konfrontieren. Oder ist es überhaupt Strom? Oder ist es Eis? Ich weiß nicht, aber ich auf so einem Rücken, deswegen weil er die Gasflaschen hängen, mit denen er diese Feuerbälle da abschießt. Ja, sag ich's doch, Mann. Ja, ich wollte nur für die Leute, dass sie's wissen, ne? Die wissen nicht mehr. Hab ich ihm doch schon gesagt. Mann! Scheiße! Hast du, hast du nicht nur gesagt, Ziel auf den Rücken. Na ja. Und die Gasflaschen hast du doch nicht erwähnt, deswegen. Ey, ich bin brennen, bin tot. Ja, ich bin auch gleich so, vielleicht krieg ich ihn noch und dann lebe ich wieder. Komm schon. Boah, ich hab's geschafft. Okay, er sitzt entflohen. Okay, er sitzt entflohen. Lass mir den. Lass mir den. Lass mir den. Den hinteren da. Okay, der Flame Knuckle ist jetzt aus seinem... Ja, wohl. Der Flame Knuckle ist jetzt aus seinem... Ähm, aus seinem Geschütz da entflohen. Aus seinem rollenden Klositz. Genau. Rollend. Laufenden. Und weißt du, ohne Transformer ist jetzt viel stärker als mit. Ja, ey, ich bräuchte dich, ich musste ihn wieder nehmen. Dann bin ich wieder drin. Naja. Wo ist der Flame Knuckle hin? Ey, scheiß, check weh, du killst ihn, ich bring dich um, gell. Ich bring dich um. Der hat ihn gekillt. Der hat ihn mir nicht überlassen. Alles. Ey, hilf mir mal bitte. Was soll ich machen? Ja, beleben. Ach stimmt, das geht ja auch. Das vergesse ich immer. Geil, danke. Ich hab dich vergessen, sondern dass es überhaupt geht, hab ich vergessen. Hm. Ja, aber die Waffe vom Jack haut richtig rein. Könnt er mir ruhig geben. Dafür könnte er... Dafür könnte er ins Weltall entfliehen. Ohne Anzug natürlich. Ja, ja. Bin ich nicht dagegen. Ja, ja. Bin ich nicht dagegen. Äh, weiß nicht, wie soll ich gar nicht. Wär eigentlich auch ganz geil. Wär's nicht so unfair, weil niemand unterlevelt oder so. Ja, nicht so wie ein Dead Island, ne? Ja, wie liebe. Ich hab ihn, jawohl. Okay, ich werd jetzt gleich mal den Fähigkeitenpunkt ausrüsten. Ähm. Stimmt. Vielleicht verlassen eine Trainingsanlage freigeschaltet suchen. Okay, man hat eine Trainingsanlage. Mhm. Was haben wir denn hier? Dormatistik. Kinetischer Aspis. Drücke F, um deinen Aspis-Skill zu verbessern und allen Schäden durch Angriffe von vorne zu absorbieren. Der Aspis speichert eine begrenzte Menge dieses absorbierten Schadens als Energie je nach deinem Level. Der Aspis wird am Ende seiner aktiven Dauer geworfen oder du kannst F nochmal drücken, um ihn früher zu werfen. Drifft der Aspis ein Ziel, löst seine Explosionen aus, ähm, die Basisschaden verursacht plus das Doppelzehr der gespeicherten Energie. Danach kehrt er zu dir zurück. Okay. Das ist unser, unser Basisskill quasi. Das ist dieser Schild. Ey, ich hab jetzt Drohnen freigeschaltet. Wie Drohnen? Drohnen. Das ist ein Freischaltepunkt. Wolf und Sand. Guck. Ach, das ist dein Skill, meinst du? Ja. Drücke F, um deine Drohnen zu rufen. Wolf und Sand. Wolf streit, äh, streift herum und greift Gegner an. Wenn Sand bei dir bleibt und deine Gesundheit wiederherstellt. Sand hat ein Schild. Hat. Da steht Sand hat ein Schild. Ich hab ein Schild. Ich hab ein Schild. Hat ein Schild. Äh, was ist daran, was ist daran falsch? Hat ein Schild. Also er hat ein, statt ein Schild, hat ein Schild. Ey, kann man das nicht sagen, oder was? Hat ein Schild? Ne, irgendwie nicht. Da sagt man doch, hat ein Schild, oder? Ja. Aber Wolf kann beschreiben. Ah, ne, nein. Man sagt einen Schild, weil es heißt ja, der Schild in dem Fall. Weißt du? Es ist kein Schild, sondern es ist ein Schild, weißt du? Ach Gott. Ja, scheiße. Hier ist der Schild gemeint, den man zum Blocken benutzt und nicht so ein handelsübliches Schild, was am Straßenrand steht oder so. Ja. Ja, stimmt. Da kann man einen sagen. Okay, das sei ein bisschen komisch auf. Ja, da muss man einen sagen. Okay. Okay, ich hab jetzt diesen... Mr. Deutschler. Ja. Ja, ich bin Grammar Nazi. Ich hab jetzt so mein Schild bekommen. Ja, wir haben schon wieder das Wort Schild. Diesen Gladiator Schild, mit dem ich Zeug absorbieren kann und auch werfen kann. Und ich hab jetzt diese Drohnen da. Ja, ist vorne schon erwähnt. Du machst... Du machst das auch mit F oder das ist also deine Fähigkeit und das meine. Der hat halt seinen Action-Skill, weißt du? Ja, okay. Wenn du F drückst, dann zieht sie einfach das Schild so oder was? Ich geh mal davon aus. Also wenn du es nicht drücken. Ja, klar. Ich werde es nicht verschwenden. Kann man das verschwenden? Ja. Ja, das muss ich jetzt wieder aufladen. Ich muss so. Seht ihr ja gleich, wenn wir in Action sind. Was passiert? Du leckst da wieder rum. Steige in den Mondstadtzylinder und fahre. Okay. Fuck, ich bin daneben gesprungen. Ey, ich hör da was. Kein falscher Schritt sonst drückt. Ein Marder ist aufgelistet. Was hörst du? Boah, aber bevor wir da reingehen, Leute, würde ich sagen, beenden wir die erste Aufnahme. Ich würde mal sagen, das ist ein perfekter Zeitpunkt, oder? Ja, doch. Passt eigentlich perfekt. Ja, deswegen lass ein Like, damit es euch gefallen hat. Und ihr könnt auch abonnieren, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und deshalb würde ich sagen, bis zum nächsten Part und haut rein. Genau. Danke fürs Zuschauen. Hau rein, Leute. Hau rein, Leute. Ciao.